Ich möchte mit Ihnen ein bisschen darüber sprechen, was Zertifizierungen bedeuten für einen Projektmanager, was man für sich selber damit erreichen kann, was man vielleicht auch fürs Unternehmen tun kann durch die Zertifizierung. Es ist eine Investition in einen selber oder wenn es Unternehmen durchführen, natürlich vom Unternehmen Investition in den Mitarbeiter, was kommt da auf einen eigentlich zu, was gibt es an Optionen, die man da machen kann und was bringt einem die ganze Geschichte eigentlich. Ganz kurz ein bisschen was über mich selber. Ich war selbst über zwölf Jahre im Projektmanagement tätig, im Bereich Automotive, im Bereich Prozestechnik. Bin 1995 Trainer geworden, habe mich als Trainer ausgestellt, bin außerdem auch Buchautor, Autor von Magazinartikeln und ich habe regelmäßige Speaker-Beauftragungen in Unternehmen oder in Kongressen zum Beispiel. Hier eine Reihe von Firmen, für die ich im Einsatz war, die vielleicht ein bisschen bekannter sind. Die meisten Firmen sind wahrscheinlich eher unbekannt. Ich bin bei der TU in München tätig und wir werden jetzt bei den Zertifizierungen unter anderem auch die PMI-Zertifizierungen kennenlernen. Da bin ich auch selber aktiv drin als Volontier und da helfe ich auch immer wieder Leuten, jetzt unabhängig von meiner Trainingsarbeit, die Zertifizierung zu erlangen oder Probleme, die sie vielleicht auf dem Weg haben, bereinigt zu bekommen. Ich veröffentliche ziemlich viel, das sind Sachen so aus den letzten Monaten. Da ist ein Buch zum Beispiel dabei, in englischer Sprache, Situation of Project Management, The Dynamics of Success and Failure und ich schreibe gelegentlich in PM World Journal. Das ist eine Fachzeitschrift, die richtet sich an Projektmanager, die einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch haben. Es ist aber kein rein akademisches Magazin, sondern es ist sehr stark praxisorientiert. Ich habe hier mal noch QR-Codes mit reingenommen. Wer mag, kann die sich abscannen. Wir stellen aber auch die Präsentation nachher zur Verfügung. Da können Sie auch noch mal darauf zugreifen, wenn Sie möchten. Ich habe noch eine kleine Vorbemerkung zu dem, was jetzt kommt. Erst einmal, ich bin natürlich auf einer bestimmten Seite. Ich bin beim PMI. Ich bemühe mich, alle Zertifizierungen, die ich hier vorstelle, fair zu behandeln. Ich denke, dass alle ihren Platz haben, dass alle ihren Sinn haben. Dahinter stecken überall Leute, die sich viel Mühe geben, interessante, für Projektmanager interessante Zertifizierungen zu entwickeln, die ihnen in ihrer Karriere und vielleicht auch mal im Alltag helfen, die auch den Unternehmen helfen, die ihre Mitarbeiter, in ihre Mitarbeitereien investieren. Also ich versuche es so fair wie möglich zu machen, aber ich gehöre natürlich zu einer bestimmten Seite. Das ist die PMI-Seite. Ich werde aber auch immer wieder mal Namen nennen von Unternehmen oder von Angeboten. Die sind zum großen Teil geschützt, also sind nicht meine, namentlich in meinem Eigentum, sondern die gehören denen, denen es halt gehört. Ich werde immer noch Zahlen, Prozesse und vieles mehr nennen. Das sind Dinge, die der Änderung unterliegen. Also es kann durchaus sein, dass ich Ihnen einige Dinge sage, die vielleicht schon im halben Jahr nicht mehr gültig sind, weil der Anbieter was verändert hat, zum Beispiel. Ein paar der Inhalte sind Schätzungen und Hochrechnungen. Es ist nicht einfach, ein gutes Datenmaterial ranzukommen. Ich habe mich sehr bemüht darauf. Ich habe auch viel mit Kollegen gesprochen, vor allen Dingen, wenn es um die anderen Angebote gibt, mit denen ich nicht direkt beteiligt bin. Ich hoffe, dass die alle korrekt sind, aber ich würde jetzt also keine Gewehr dafür erteilen, dass sie im Einzelnen auch immer ganz genau stimmen, weil manche halt doch sehr, sehr schwer zu erreichen sind die Zahlen, schwer in die Rand zu kommen. Wir haben noch mal eine Umfrage dazu und ich würde einfach noch mal an den Achim zurückgeben. Wir sehen, dass knapp ein Viertel PMI zertifiziert ist. Die GPM hat 16 Prozent, Prinz 2 13 Prozent der Teilnehmer und Scrum oder andere 17 Prozent und knapp die Hälfte hat noch keine Zertifizierung der heutigen Teilnehmer. Dankeschön. Das sind die Inhalte, die ich so für die nächste etwa dreiviertel Stunde mit Ihnen vorhabe. Erst einmal darüber zu sprechen, von wem kommen die wichtigsten Zertifizierungen. Ich muss gleich dazu sagen, es gibt bestimmt 40, 50 verschiedene Angebote draußen am Markt. Wir werden nicht über alles sprechen. A, wird es sich wahrscheinlich langweilen und B, ich habe zwei Tage zum Teil auch wirklich mit Recherche zugebracht. Ich glaube, das wird dann schon eine Doktorarbeit, die man daraus machen kann. Aber die wichtigsten, die für die Projektmanager tatsächlich interessant und spannend sind, über die möchte ich Ihnen sprechen. Über die anderen werde ich mal ganz kurz, die werde ich mal ganz kurz anreißen. Nur. Dann möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, welches die Zertifikate sind, die uns hier besonders interessieren. Dann, was meine Teilnehmer und vielleicht auch die Menschen, bevor sie anfangen, auch Seminarteilnehmer zu werden, was mich besonders interessiert, ist die Frage, was kostet das Ganze? Was habe ich davon? Und was bei Zertifikaten auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wie weit sind die denn eigentlich verbreitet? Als ich mein Zertifikat vor 16 Jahren bekommen habe, war das eine ganz exotische Angelegenheit, sieht heute ganz anders aus. Das trägt natürlich auch zum Wert des Zertifikats bei, dass die Leute es einfach kennen. Dann möchte ich mit Ihnen in relativ kurzer Form darüber sprechen, wie der Weg jeweils zur Zertifizierung ist. Eine wichtige Frage ist auch, was die Voraussetzungen natürlich sind, dass man sich überhaupt auf diesen Weg machen kann. Und dann habe ich noch ein paar Quellen für Sie, ein paar Links für Sie, wo man tiefer bohren kann, wo man genauer einsteigen kann in die Inhalte, die ich vielleicht zu kurz bespreche oder die bei uns einfach nicht reinpassen. Ich möchte mal den Anfang machen bei den Herausgebern der Zertifizierungen mit dem PMI, dem Project Management Institute. Das ist ein weltweit tätiger Berufsverband. Zu Hause ist er in Newtown Square, das ist in der Nähe von Philadelphia. Ich sage mal gleich um die Ecke von SAP America. Die sind Nachbarn zusammen. Ist weltweit aktiv, wurde 1969 von fünf Leuten gegründet. Einer von denen lebt übrigens noch immer in Driften, auch ab und zu beim PMI unterwegs ist. Das ist einer der Urgesteine von Projektmanagement überhaupt, der ganz von Anfang an mit dabei war. Jim Snyder. Das Ganze ist eine Not-for-Profit-Angelegenheit. PMI ist nicht profitorientiert. Das ist inzwischen aber, glaube ich, ziemlich wohlhabend geworden, allein schon dadurch, dass es irrsinnig viele Mitglieder hat, also 470.000 weltweit. Und die Zahl ist auch noch weiter am steigen. Berufsverband heißt, es gibt nur Einzelmitglieder. Es gibt keine Firmenmitgliedschaften beim PMI. Wir haben auch immer Diskussionen dafür. Ich persönlich gehöre zu denen, die das so eigentlich mögen. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Firmen oder sonstige Organisationen bei uns reingehen. Das ist einfach unser eigener Laden. Länder mit Mitgliedern 207. Und unten noch die Kontaktadresse. Die habe ich hinten am Ende übrigens noch mal mit dabei. Ein bisschen was darüber, wo die Mitglieder zu Hause sind von PMI. Etwas mehr als die Hälfte sind USA. Dann kommt noch Kanada dazu. Wir sehen aber, Deutschland ist bereits an siebter Stelle in der Reihenfolge. Wir sind also sehr, sehr weit vorne bei der Mitgliederzahl im PMI. Dieses hier sind die Länder in Europa mit ihren Mitgliedern. Auch hier wieder Deutschland ganz vorne. Wir haben vor kurzem die Briten überholt, die etwas größer waren als wir. Und denen inzwischen aber auch die Spanier dicht auf den Fersen liegen. Also ein ganz interessantes Rennen, was da im Moment stattfindet. Wir sehen, es gibt ein paar Staaten, die da also sehr, sehr stark mit dabei sind. Deutschland ganz vorne dabei. Eine zweite Organisation, die ich hier vorstellen möchte, ist die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, die GPM. Da habe ich auch ein paar Zahlen zur Mitgliederentwicklung. Übrigens, diese Grafiken sehen bei allen Anbietern ähnlich aus. Man sieht also überall, wie über die Zeit ein sehr, sehr starkes Wachstum da einfach reingekommen ist. Die letzten zehn Jahre vielleicht sind sowohl bei den Mitgliedern wie auch bei den Zertifizierten überall sehr, sehr starke Wachstumszeiten gewesen. Schauen wir mal, wie lange das noch anhält, dieses Wachstum. Sie sitzt in Nürnberg, die GPM. Die GPM wirkt im Wesentlichen in Deutschland. Ich höre gelegentlich, dass sie auch in manchen Ländern auf dem Ausland aktiv ist, da wo es keinen nationalen Verband gibt, der in der IPMA dabei ist. Die IPMA ist der Dachverband von verschiedenen Länderverbänden, von nationalen Verbänden, unter anderem eben auch der GPM. Auch die GPM ist ein Verband, der Not-for-Profit ist, der nicht profitorientiert ist. Es ist ein Fachverband. Das heißt, es gibt hier außer den Personenmitgliedschaften auch Firmenmitgliedschaften. Die Mitglieder sind laut GPM-eigenen Angaben über 7.800. Das ist also die letzte Zahl, die man im Moment bekommen kann. Und wie gesagt, auch da ist ein sehr, sehr starkes Wachstum da dabei. Also ich bin überzeugt, wenn die Kollegen auf ihre Zahlen schauen, die freuen sich da immer sehr darüber. Ich möchte noch Angebote von einem Dritten vorstellen. Die Firma heißt Axelos. Das ist jetzt ein Unternehmen, das ist kein Verband. Das Unternehmen gehört zu 49 Prozent der britischen Regierung. Wir sehen hier entsprechend auch die Theresa May. Der Rest, die anderen 51 Prozent gehören einem Privatunternehmen. Es ist ein Joint Venture zwischen diesen beiden Unternehmen. Die Capital PL heißt die, die mir ansonsten nicht weiter bekannt ist, außer über ihre Teilhabe an Axelos. Das ist diese Privatisierungswelle, die durch die englischen, durch die britische Wirtschaft gegangen ist in den letzten Jahren. Die hat halt dazu geführt, dass hier jetzt das mehrheitlich in privater Hand ist. Wir kennen sie vor allen Dingen durch die Prince2-Zertifizierung. Tatsächlich gibt es noch eine ganze Menge mehr. Erstaunlicherweise, man kann Mitglied werden. Es ist jetzt keine Verbandsmitgliedschaft wie bei der GPM oder beim PMI. Es ist ja ein Unternehmen. Trotzdem bieten sie eine Mitgliedschaft an, die ist auch kostenpflichtig. Was man da genau dafür bekommt, ich habe versucht, ein bisschen das rauszubekommen. Also ganz klar ist mir das nicht geworden. Es ist nicht wirklich so eine Community, die die da bilden. Zumindest war das nicht mein Eindruck, den ich dabei hatte. Aber wer mag, kann sich ja mit dem Thema auch mal gerne befassen. Und es führt uns schon wieder an unsere nächste Umfrage rein. Ich gebe es wieder zurück an den Achim. 39 Prozent haben ein oder mehrere Projekte im Unternehmen. Zwei Prozent haben ein oder mehrere interne Projekte im öffentlichen Dienst. Und ein Drittel hat mehrere Kundenprojekte als Auftragsprojekte. Und 24 Prozent sind Experten im Projektmanagement. Dankeschön. Ich muss ganz kurz dazu sagen, warum mich gerade diese Umfrage ganz besonders interessiert. Ich habe in den letzten Jahren recht viel Forschung betrieben in der Frage, wie sich Projekte unterscheiden, eine Typologie für Projekte zu entwickeln. Und ein ganz großer Unterschied sind einfach interne Projekte. Auf der einen Seite, wo man für die eigene Firma arbeitet, wo man Projekte macht, in denen man eigentlich nur ein Interesse befriedigen muss, das der eigenen Firma. Und dann halt Kundenprojekte, wo man unter Vertrag für andere arbeitet, wo man zwei Organisationen hat, oft mit widerstrebenden Interessen. Und wo die Aufgabe gar nicht so sehr ist, große strategische Ziele zu erreichen oder so etwas. Die Aufgabe ist schlicht und einfach Geld nach Hause zu bringen. Und tatsächlich auch die Zertifizierung wird etwas anders wahrgenommen bei Projektmanagern, die interne Projekte machen und bei denen die Kundenprojekte machen. Und interessant ist, hier in der Verteilung, es war ganz grob 50-50, kleiner Überhang bei den internen Projekten. In meinen Untersuchungen war meistens ein kleiner Überhang bei den Kundenprojekten drin. Es sind grob die Hälfte der Projektmanager, bei denen es letztlich darum geht, fürs Unternehmen Geld nach Hause zu bringen mit ihrem Projekt. Und das werde ich auch in den folgenden Minuten, werde ich auch immer dort auf dieses Thema zurückkommen, dass wir ja eigentlich ganz verschiedene Anforderungen an die Projektmanager haben, was die so leisten müssen fürs Unternehmen. Schauen wir uns mal die Zertifikate direkt an. Ich möchte, wie gesagt, die Zertifikate dieser drei Organisationen vorstellen. Und ich werde auch hier nicht alle vorstellen, weil auch die recht viel haben, weit über das hinaus, was in den Rahmen einer solchen relativ kurzen Präsentation passt. Aber ganz wichtig aus PMI-Sicht erst einmal ist unser CAPM-Zertifikat. Das ist das Certified Associate in Project Management. Das ist ein Einsteiger-Zertifikat, das vor allen Dingen von sehr jungen Leuten gemacht wird. Ich trainiere das an der TU in München zum Beispiel. Ich war damit in verschiedenen Unternehmen drin gewesen, die das als Teil ihrer Trainee-Programme verwendet haben. Das ist ein Zertifikat, ein Einsteiger-Zertifikat, mit dem eine zertifizierte Person signalisiert, ich habe eine Ahnung von Projektmanagement, ich kenne mich aus mit Begriffen, ich verstehe Abläufe da drinnen, aber so richtig die Praxiserfahrung, das wirklich umzusetzen, fehlt mir noch. Also lieber Arbeitgeber, erwarte jetzt nicht von mir die große Erfahrung, sondern setze mich in eine Position rein, wo ich mit meinem Wissen etwas tun kann, wo ich aber mit dem noch geringen Erfahrungsschatz trotzdem etwas Positives bewirken kann. Das nächste ist das PMP-Zertifikat. Das PMP-Zertifikat signalisiert, dass jemand A. Wissen, aber B. halt auch Erfahrung im Projektmanagement hat. Eine Mindestanforderung sind drei Jahre. Drei Jahre für jemanden, der mindestens einen Bachelorabschluss oder etwas Vergleichbares hat. Die Fragestellungen in der Prüfung sind ganz andere, sie sind sehr viel praxisnäher, es sind sehr viele situative Fragen da drinnen, aber es wird natürlich auch hier wieder Wissen gefördert, es wird gefordert, dass man unsere eigentlich meistens sehr einfache Mathematik beherrscht und dass man einfach weiß, wie die Dinge funktionieren, aber nicht nur wie sie funktionieren, sondern eben auch, wie man sie in der Praxis dann tatsächlich einsetzt. Eben sehen Sie, die Zertifikate von PMI sind schon eine ziemlich dekorative Geschichte, auch das, was die Amis einfach gut können. Es gibt beim PMI noch eine Reihe weiterer Zertifikate, sie sind eher exotisch bei uns, leider muss ich sagen, aber wenn jemand daran Interesse hat, kann er mich gerne mal ansprechen. Wenn jemand sagt, da sind Inhalte drinnen, die über den PMP vielleicht hinaus von Interesse sind, da stehe ich dann gerne mal persönlich zur Verfügung. Sie sind relativ exotisch, die Zahl der Interessierten ist vergleichsweise klein, deswegen will ich mich auch nicht zu lange damit aufhalten. Es gibt einen zweiten großen Anbieter von Zertifizierungen, das ist bei uns in Deutschland erstmal die GPM, die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, die Mitglied einer Dachorganisation ist, das ist die International Project Management Association. Ich habe hier auch mal ein Beispiel, wie deren Zertifikate aussehen. Es ist mir von einer Person gegeben worden, die mich darum gebeten hat, den Namen und alles, was auf die Person hinweist, rauszunehmen. Da nehme ich natürlich Rücksicht drauf. Aber dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht denn das Ding aus, was man nachher bekommt. Es gibt bei der GPM 4 Zertifikatslevel, wobei auch hier das Level A und eigentlich auch das Level B relativ exotische Level sind. Die Zahl der Zertifizierten ist ziemlich klein. Die Masse von Zertifizierten hat hier das Level D, das nennt sich Projektmanagement-Fachmann oder Fachfrau im Deutschen. Im Englischen in der IPMA wird das als Associate bezeichnet. Der Associate hier, das ist der Assistent. Ein Associate Degree im Anglo-Amerikanischen steht für eine Assistentenzertifizierung. Das ist also grob wohl mit unserem CAPM vergleichbar. Die Erlangung ist eine ganz andere, die Abläufe, das zu bekommen. Der Aufwand auch dahinter ist ein anderer. Aber es ist dieses Assistentenlevel, das man sich anschließend zertifizieren lässt. Dann haben wir noch diese Level C und B. Die meisten gehen heute davon aus, dass PMP etwa zwischen diesen beiden Leveln ist. Ich habe nachher noch ein bisschen was zu dem Gehaltsvergleich. Da werden wir das Thema auch nochmal wiedersehen. Auch bei der GPM gibt es eine ganze Menge weiterer Zertifikate, zum Teil zusammen mit der IPMA, zum Teil auch unabhängig davon. Also auch hier kann man noch eine ganze Menge mehr machen, wenn es einen interessiert. Da wäre ich dann aber natürlich nicht mehr der Ansprechpartner. Da würde ich dann bitten, jemanden, der für die GPM das Training macht, dazu reinzuholen und mit dem drüber zu sprechen, wie man sich so ein anderes Zertifikat vielleicht aneignen kann. Das dritte, was ich mir mit meinen Teilnehmern hier anschauen möchte, ist die PRINCE 2 Zertifizierung. Auch dazu habe ich hier ein kleines Beispiel, wie die Zertifizierung nachher aussieht. Es kommt ja, wie schon gesagt, aus Großbritannien. Es kennt drei Level, die heißen Foundation, Practitioner und Professional, wobei auch hier die große Mehrzahl der Zertifizierten eher auf dem Foundation Level ist. Practitioner ist schon seltener und ich bin keinem einzelnen Professional bisher begegnet. Das heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber mir ist halt noch keiner bisher untergekommen. Es scheint eine recht exotische Angelegenheit zu sein. Wenn wir nachher sehen, welcher Aufwand dahinter steckt, das zu erzielen, werden wir auch wahrscheinlich verstehen, warum das Ganze so ist. Auch hier gilt weiter, die Zertifikate, die wir hier gesehen haben, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt eine ganz große Palette von Zertifizierungen von Axelos, außer PRINCE 2, sehr, sehr populär, ist die ITIL-Zertifizierung, die eigentlich nicht direkt mit Projektmanagement zu tun hat, sondern mit IT-Service-Management zu tun hat. Die anderen sind dann doch auch wieder etwas seltener. Man betrifft, selbst wenn man viel in Großbritannien unterwegs ist, man trifft jetzt nicht wirklich viele Leute, die die haben, aber ITIL ist populär und ist auch bei uns populär. Man sollte noch kurz einen Unterschied hervorheben, was PRINCE 2 unterscheidet von den Zertifikaten der GPM, IPMA auf der einen Seite und dann halt auch von der PMP-Zertifizierung. GPM, IPMA und nicht nur PMP, die PMI-Zertifizierungen sind Zertifikate. Da geht es um Professionalität. Da geht es weniger darum, jetzt einen bestimmten Ablauf, eine bestimmte Methodik zu beherrschen, sondern einfach zu verstehen, was ist Projektmanagement, wie muss man als Projektmanager sich verhalten, welche Methoden kann man einsetzen. Das heißt nicht, dass man alle immer einsetzen muss, aber welche stehen einem denn zur Verfügung, welche passen eigentlich immer wieder ganz gut. PRINCE 2 ist hier etwas anderes. Hinter PRINCE 2 steckt eine Methodik, eine Methodology, wie es ein Amerikaner und Brite sagen würde, eine Methodik steckt da dahinter, wie man an Projekte rangeht. Eigentlich wird zertifiziert, ob man diese Methodik beherrscht. Ich höre öfters mal von Leuten die Frage, ob es denn Sinn macht, eine PRINCE 2-Zertifizierung zu machen. Da ist meine Gegenfrage immer, ja setzt ihr denn diese Methodik bei euch im Unternehmen ein? Da kommt als Antwort, nö, die setzen wir eigentlich nicht ein. Das ist natürlich die Frage, warum soll man sich in der Methodik zertifizieren lassen, die ohnehin in der eigenen Organisation nicht eingesetzt wird. Manche machen das trotzdem, damit sie halt die Bezeichnung hinter den Namen setzen können. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber es ist ein anderes Thema. PRINCE 2 ist eher ein Kochrezept. Es geht um ein Kochrezept und man lässt sich zertifizieren, ob man nach diesem Rezept kochen kann. Das, was das PMI macht und was GPM, IPMA machen, ist eher eine Zertifizierung. Weißt du, was man draufhaben muss, worauf es ankommt, wenn man als professioneller Koch überleben möchte in seinem Beruf und wie muss eigentlich so eine Projektküche eingerichtet sein? Also es ist eine andere Fragestellung dahinter. Es wird etwas anderes zertifiziert, ob das der Markt und ob das die Firmen, bei denen man sich vielleicht damit vorstellen möchte, ob die das tatsächlich wissen, ist dann eine andere Frage. Es gibt außer diesen drei Organisationen mit ihren verschiedenen Angeboten noch eine ganze Menge an weiteren Angeboten da draußen. Ich habe hier mal eine Auswahl, auch das ist nur eine Auswahl, von Zertifizierungen, die man machen kann. IHK ist zum Beispiel ein sehr schönes Angebot, wenn man als Einsteiger reingeht, wenn man sagt, ich habe eigentlich kaum eine Ahnung von Prägenbescheidung, ich möchte es aber lernen, bevor ich mich an das Thema heranmache. Da machen die ein ziemlich gutes Angebot dafür. Die CompTIA, das ist speziell jetzt für Computer, für Software, für Information Technology, speziell dafür haben die ein kleines Zertifikat, nicht besonders erfolgreich. Sie sind sehr erfolgreich im Bereich Sicherheit, im Bereich Datenschutz und so, aber bei Projektmanagement tun sie sich nicht ganz so gut. Es gibt mehrere in Wettbewerb miteinander liegende Zertifizierungen zu Scrum. Man kann diskutieren, ob es überhaupt Projektmanagement ist. Eigentlich ist Scrum ziemlich stolz darauf, keine Projektmanager zu haben. Insofern, vielleicht passt es hier überhaupt nicht rein. Das ist eine Entscheidung, die überlasse ich aber gerne anderen. V-Modell XT ist etwas sehr Deutsches. Eigentlich von der Idee her, vergleichbar dem, was die Briten mit Prince 2 machen, auch dieses hier ist eher ein Kochrezept für Projektmanagement, wird vor allem im behördlichen Bereich verwendet. Da gibt es zwei solche Modelle. Das eine nennt sich V-Modell, das andere nennt sich witzigerweise SOS. Das ist dann für die sehr großen Projekte. Auch da gibt es Zertifizierungen dafür, zumindest für V-Modell XT gibt es welche. Und da gibt es auch so ein paar Nischenanbieter, die versuchen in dem Markt auch Fuß zu fassen, wie diese American Academy of Project Management. Und ob die es wert sind, dass man sich in den Aufwand reinwirft, das muss jeder für sich selber entscheiden. Sie sind bei uns jedenfalls nicht so wichtig, dass ich sie hier in meine Beschreibung mit reinnehmen würde. Wie gesagt, das ist der Teil, der wahrscheinlich meine Zuhörer hier am meisten beschäftigt. Die Frage, was kommt denn da eigentlich an Kosten auf mich zu? Ein bisschen auch die Frage, was kommt an Zeitaufwand auf mich zu? Und was bringt mir die ganze Geschichte? Und gerade bei Zertifizierung heute ist es halt auch wichtig, wie groß ist die Verbreitung? Wo ist das Ding denn eigentlich bekannt? Eine Zertifizierung zu haben, die keiner kennt, die man erst erklären muss, die kann dadurch entwertet werden. Muss nicht sein, kann aber dadurch entwertet werden. Ich habe hier mal ein paar Daten dazu, was das Ganze kostet. Beim PMI weiß ich selber recht genau, weil ich da selber mit drinnen bin. Es sind im Grunde zwei Kosten, jedenfalls beim PMP. Das ist die Kosten für die Prüfung und vorher noch die Kosten für das Vorbereitungsseminar zusammen. Ich sage meinen Leuten immer, wenn ihr euch mal so 3.000 Euro als Budget nehmt, dann könnt ihr euch noch ein Buch zusätzlich leisten. Da seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite. Diejenigen, die vielleicht noch reisen müssen, müssen wir noch überlegen, was dazu zu tun für Hotel- und Fahrtkosten. Es wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel teurer. Dadurch werden kommt ab und zu vor. Über den CRPM spreche ich gleich. Da gibt es im Grunde zwei Optionen. Wenn man als Einsteiger an das Thema Zertifizierung rangeht, kann es sein, man hat 1.500 Stunden Erfahrung hinter sich. Dann reicht es eigentlich, sich ein Buch zuzulegen, dieses Buch zu lernen, sich zur Prüfung anzumelden. Man braucht kein Vorbereitungsseminar dazu. Man findet manche Hilfen im Internet. Ab und zu sprechen mich auch Leute an, ob ich ihnen nicht helfen würde. Es sind nicht meine Seminarteilnehmer, aber ich helfe denen trotzdem. Vielleicht kommen sie ja irgendwann wieder für eine PMP-Zertifizierung. Eine alternative Lösung für den CRPM ist die, was wir relativ häufig inzwischen haben, ist, dass die Einsteiger, obwohl sie eigentlich noch nicht so weit sind, tatsächlich sich in ein PMP-Vorbereitungstraining reinsetzen. Dann erfüllen sie a, die Anforderungen für den CRPM. Wenn sie dann vielleicht zwei Jahre, drei Jahre später den in Anführungszeichen Upgrade auf den PMP machen wollen, dann haben sie die Formalanforderung bereits erfüllt, dass sie ein Training haben müssen, dass sie dafür Trainingstunden abgeleistet haben müssen. Und das Delta, was ihnen dann noch fällt, da helfe ich den Leuten auch in der Regel, dass ich sage, das, was du jetzt noch mal dazulernen musst, ist das und das. Und nutze bestimmte Mittel, sodass du dieses, auch durch den Zeitabstand, durch das, was du da auch verloren hast, auf dem Weg wieder aufarbeiten kannst. Es wird wahrscheinlich auch Änderungen gegeben haben, bis dahin in der Prüfung. Also da helfe ich dann meinen Leuten, die schon bei mir im Seminar waren, dass sie diesen Update noch mal bekommen. Ich habe ja als zweites die Angebote der GPM, da habe ich zum einen deren veröffentlichte Materialien einfach mal durchgearbeitet, was die Angebote sind. Das ist ja überwiegend veröffentlicht. Ich habe auch mit Kollegen, mit Trainerkollegen gesprochen. Was kommt denn da auf einen Teilnehmer zu? So sind diese Zahlen hier entstanden. Man muss immer dazu sagen, das sind jetzt grobe Zahlen. Das kann im Einzelfall, je nachdem, mit welchem Anbieter man vielleicht unterwegs ist und wie viel man auch selber noch mal reinstecken will in Form von zusätzlicher Literatur, kann es natürlich noch mal ein bisschen schwanken. Und auch hier muss man sagen, kommen eventuell noch mal Reisekosten dazu. Das unterste Level ist das Level D, das eher das Assistenten-Level ist, zumindest im Verständnis der IPMA. Die GPM platziert es ein bisschen höher als dieses Level. Da liegen wir bei 4.500 Stunden. Wir sind an die Level C und B ein bisschen höher. Und dann dieses Level A ist sehr, sehr selten. Also das sind wohl circa 10.000. Im Einzelfall könnte es drüber oder drunter liegen. Sehr, sehr billig sind die PRINCE2-Zertifizierungen, zumindest Foundation und Practitioner. Für das Dritte ist es schwierig rauszubekommen, was das wirklich kostet. Da ist nichts veröffentlicht dazu. Da ist das kein standardisierter Prozess, den die machen, sondern da gehen die über Interviews und Assessment Center und so weiter. Da gibt es im Moment keinen wirklich festen Preis dazu. Zertifizierte Projektmanager sind gesucht und die Nachfrage steigt danach. Ich habe gestern mal kurz geschaut im Internet, was ich da so finde und bin dabei zum Beispiel auf dieses gestoßen. Man sieht unten an dem Link, wo das herkommt. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das Ding ist ja auch veröffentlicht. Und hier steht zum Beispiel in den verschiedenen Anforderungen, die drinnen stehen, dass so eine Zusatzausbildung und wir sehen das in Zertifizierung, dass die hier also durchaus positiv gesehen wird. Man steigert seine Chance, einen Job zu bekommen. Ich habe heute gerade wieder einen solchen Fall bekommen, wo das Thema Zertifizierung bei jemandem, der gerade heute seine positive Mitteilung von einem Arbeitgeber bekommen hat, dass man ihn einstellen möchte, wo das sehr, sehr stark wieder mit Zertifizierung auch verbunden war. Bei uns ist es selten, dass es als eine Mussanforderung gestellt wird, aber es ist halt als wünschenswert bezeichnet. Und wenn man weiß, dass für einen Stellenanzeigen wie diese hier in der Regel doch ziemlich viele Personen kommen und sich darum bewerben, dann werden natürlich diese Wunschvorstellungen sehr schnell dann doch am Ende zu Mussvorstellungen. Wie gesagt, solche Kurven gibt es auch bei den anderen Anbietern. Ich will das gar nicht in PMP so sehr hervorheben. Da habe ich halt den Vorteil, dass ich die Zahlen habe, weil ich diese Zahlen seit Jahren einfach verfolgt habe, aufgezeichnet habe. Und wir haben irgendwo beginnend um das Jahr 2004, 2005 rum auf einmal einen ganz massiven Anstieg gehabt und der ist auch ziemlich ungebrochen in dieser Zeit. Ich habe vor einer Weile von einem Kollegen von der GPM ähnliche Zahlen gesehen für deren Zertifizierung. Die Zahlen sind kleinere, es ist auch nur deutsch, es ist nicht international, aber die Richtung war genauso die gleiche dabei. Also die generelle Form der Kurve war genau dieselbe. Und so wie ich auch die Kollegen von Axelos und von Prinz 2 wahrnehme, die werden wohl auch genau das Gleiche wahrnehmen, dass das sehr, sehr stark zugenommen hat in der letzten Zeit. Wir werden übrigens in einem der Mises, glaube ich, da haben wir nochmal ein Webinar, da werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie man auch Skills modellieren kann, indem man Zertifizierungen miteinander kombiniert. Auch das spielt natürlich eine ganz große Rolle da drinnen. Immer mehr Leute fangen an, mit einer Kombination von Zertifikaten einfach zu signalisieren, das sind die Dinge, die mich jetzt gerade besonders interessieren. Da ist dann Projektmanagement dabei und dann kann noch ein ganz anderes Thema mit dabei sein. Und die Verbindung dieser zwei, manchmal auch drei Themen, erzählt dann einem potenziellen Arbeitgeber etwas darüber, wofür interessiert sich eine Person, worin ist diese Person auch qualifiziert, wofür kann man die einsetzen. Das ist ein sehr, sehr modernes Werkzeug. Ich sehe es aber ab und zu auch schon übertrieben, da kommen Leute mit sieben, acht Zertifikaten dabei. Die würde ich ja nicht mehr empfehlen, weil die sich einfach gegenseitig verdünnen. Da wird der Effekt der Einzelnen wahrscheinlich verloren gehen. Aber so zwei bis drei Zertifizierungen, das kann ganz gut funktionieren. Auch hier noch ein bisschen was zu zahlen. Ich mag das immer ganz gerne, Zahlen einfach zu zeigen, weil da kann man immer eine ganze Menge rauslesen, wo sitzen denn eigentlich die PMPs? Und nach wie vor der größte Teil ist in den Vereinigten Staaten. Und dann kommt schon der nächste ganz, ganz Große dahinter, das ist China. In China hat PMI gar nicht so viele Mitglieder, aber enorm viele zertifizierte Personen. Auch hier nochmal sehen wir, unter den europäischen Ländern ist Deutschland ganz vorne. Bei den Top 15 stehen wir an erster Stelle, was Europa angeht, und dann erneut Spanien. Und die Briten gar nicht so weit weg von uns, 1,4, 1,1 Prozent. Ist auch so ein kleines Wettrennen, was wir immer da haben. Und auch hier habe ich nochmal Zahlen dazu. Germany, Spain, United Kingdom. Wir sehen, wie die Zahlen aussehen beim PMI mit den Zertifizierten. Ich denke, das ist inzwischen eine ziemlich starke Masse von Profis einfach, die da draußen sind. Um es mal zu sagen, wir stehen da natürlich nicht alleine. Welchen Einfluss hat denn so eine Zertifizierung auf das Einkommen der Leute? Um gleich ein Missverständnis vorzubeugen. Das heißt nicht, man kommt aus der Zertifizierung raus und hat gleich dieses Geld verdient. Sondern das ist einfach entstanden bei Befragungen. Was kriegen denn die Leute, die bestimmte Zertifizierungen haben? Und der Glaubwürdigkeit halber habe ich hier auch mal Zahlen genommen. Die kommen gar nicht vom PMI. Auch wir haben solche Zahlen. Sondern die kommen jetzt von den Kollegen von der GPM. Die tatsächlich in ihren Befragungen auch den PMP mitbefragt hat. Und wir sehen, der sieht gar nicht schlecht aus. Leider ist der CAVM nicht dabei. Aber ich würde erwarten, dass der vergleichsweise eher weiter unten ist. Weil es halt wirklich ein Anfängerzertifikat ist. Das ist was, was Leute bekommen, die im Prägmanagement eher Anfänger sind. Und die werden wahrscheinlich auch nicht so diesen hohen Stellenwert für den Arbeitgeber haben. Zumindest noch nicht. Mit der Erfahrung, die sie ja noch sammeln werden, wird sich das mit der Zeit ändern wahrscheinlich. Jugend ist das einzige Problem, das sich mit der Zeit von alleine erledigt. Wir sehen die vier Stufen der GPM. Wir sehen auch, wo Prints 2 steht. Und wir haben noch zum Vergleich andere Zertifizierungen. Und wie stehen denn die, die überhaupt kein Zertifikat haben? Die graue Linie übrigens, das ist die oberste Kante von denen, die keine Zertifizierung haben. Also alles, was oben drüber ist, erzählt uns was darüber, was die Wertigkeit ist. Und wir sehen, da ist also doch einiges an Geld drinnen. Man investiert ja auch was rein. Vielleicht investiert es der Arbeitgeber. Vielleicht muss man es selber machen. Man investiert etwas rein in die Person, in das eigene Standing im Unternehmen. Wenn wir im Kundenprojekt sind, geht es auch um die Verkäuflichkeit sehr stark. Wenn jemand wie die Project Group sich anbietet für irgendeinen Kunden, der einen Bedarf hat, dann möchte der Kunde natürlich wissen, was bringen die uns für Leute da rein. Und da sind dann die zertifizierten Personen einfach höher bewertet als die anderen. Das wird sich indirekt über die Zeit auch wieder aufs Gehalt auswirken. Erneut, bitte nicht erwarten, dass das sofort losgeht. Ich habe hier mal ein paar Daten von PMI ausgewertet. Ich muss sagen, dieses Diagramm mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ich würde gerne mal tiefer reinbauen. Das wäre eine richtige Forschungsarbeit nochmal für sich, mal so eine Langzeitstudie zu machen, wie sich die Gehälter entwickeln. Ich habe einfach mal so einen Snapshot mit Zahlen ausgewertet. Aber das Ergebnis sieht für mich, ich sage mal, ziemlich plausibel aus, was man hier sieht. Wie so die durchschnittliche Gehaltsentwicklung von Personen ist, die nicht zertifiziert sind oder die in dem Fall PMP zertifiziert sind. Man muss mindestens drei Jahre an Erfahrung mitbringen in Projektmanagement. Deswegen steigt die Kurve erst einmal etwas später rein. Die meisten haben so zwischen vier Jahren und ich denke zehn Jahre. Aber ich habe auch Leute dabei, in den Seminaren, die haben 15 und mehr Jahre an Erfahrung im Projektmanagement. Aber das ist einfach der Grund, warum die blaue Kurve hier später einsteigt. Der Anfänger kann die Zertifizierung noch nicht erlangen. Und was wir sehen aber, ist so etwa im vierten Jahr geht es hier los, dass der Gehaltszuwachs, der der Projektmanager so eine kleine Kante nach oben macht. Ich denke, der Hintergrund ist der, das ist die Zeit, in der man nicht mehr als Anfänger gilt. Das ist die Zeit, in der man als Profi gilt, in der man mit größeren, schwierigeren Projekten beauftragt wird. Und das wird sich dann wiederum in der Bezahlung auswirken. Und an der Stelle gibt auch der PMP und sicherlich auch andere Zertifizierungen. Einfach einen kräftigen Schub. Da wird die Wertigkeit der Person am stärksten gefördert. Hinten raus nach rechts sehen wir, dass der Abstand wieder kleiner wird. Das ist dann einfach, dass die Leute in ein Alter reinkommen, dass andere Dinge anfangen, eine Rolle zu spielen. Dann spielt wieder die Erfahrung mehr eine Rolle. Oder auch einfach der Success Record, die Erfolgsgeschichten, die man so erzählen kann über seine früheren Projekte. Übrigens vielleicht auch die Misserfolgsgeschichten in der Hoffnung, dass man seine Misserfolge nicht wiederholt. Ich glaube, dass Prägenmännische aus Misserfolgen mehr lernen als aus Erfolgen. Das wird sich dann da hinten raus wieder stärker auswirken. Also interessant, vor allen Dingen für Leute, ich sage mal, zwischen drei Jahre und zehn Jahre im Beruf drin. Das sind die, die wahrscheinlich am meisten davon profitieren werden. So ab dem 13. und 14. Jahr merkt man, wird es dann doch wieder ein bisschen weniger. Das sind jetzt übrigens PMI-Zahlen, die ich hier drin habe, keine Zahlen von den Kollegen von der GPM. Was muss man denn tun, um so eine Zertifizierung zu erlangen? Da gibt es bestimmte Prüfungsvoraussetzungen. Ich fange hier wieder mit dem CAPM an. Da gibt es zwei Optionen. Die eine Option ist, jemand hat 1500 Stunden Erfahrung irgendwie mit Projektmanagement. Man muss nicht selbst der Projektmanager, die Projektmanagerin gewesen sein. Man war aber in einem Team dabei, das Projektmanagement gemacht hat. Vielleicht war man tatsächlich auch ein Projektassistent. Wer das hat, braucht kein Seminar, braucht keine formale Vorbereitung mehr, damit sie die Formalanforderungen erfüllt. Im Grunde muss er sich ein Buch zu legen. Das ist der PMBOK Guide, der Guide to the Project Management Body of Knowledge. Und man sollte noch schauen, dass man sich draußen irgendwo Fragen im Stil der späteren Prüfung beschafft, dass man es sich damit selber aneignet. Also an der Stelle kann ein Autodidakt tatsächlich CAPM werden. Die alternative Option heißt, dass man 23 Kontaktstunden Training auf sich nimmt. Diese Seminare sind draußen am Markt relativ selten, weil die Zahl derer, die das machen, doch nicht allzu groß ist. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Ich mache so etwas zum Beispiel an der Universität. Ich habe es auch schon in Firmen gemacht, im Rahmen von Trainee-Programmen. Aber ansonsten taucht so etwas am Markt kaum auf. Was tatsächlich aber viele machen, ist, dass sie sagen, nee, wir gehen ganz anders ran. Ich gehe in ein Seminar für ein PMP, für eine PMP-Vorbereitung. Das ist eigentlich zwei, drei Nummern zu groß für das, was ich jetzt gerade machen will. Das ist ein Overkill im Moment. Aber irgendwann in zwei Jahren, in drei Jahren will ich PMP machen. Dann habe ich A, die formale Voraussetzung erfüllt. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe manches dann vielleicht wieder vergessen. Ich muss mir das wieder in Erinnerung rufen. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich das, was ich brauche. Ich muss nicht zwei Seminare machen. Ich muss nur eines machen. Irgendwann mache ich dann halt mal einen PMP. Und wir sehen immer wieder auch CAPM-Kandidaten in den PMP-Seminaren drinnen. Und die sind tatsächlich auch herzlich willkommen. Das sind diese Optionen, die wir hier haben. Übrigens gibt es vier Testcenter in Deutschland. Berlin, Frankfurt, Hamburg und München. Man muss in einem Computertest, das ist ein reiner Computertest, 150 Fragen in drei Stunden beantworten. Das ist schon recht schwierig. Also man darf sich jetzt das nicht einfach vorstellen, dass das eine einfache Geschichte ist. Es ist tatsächlich relativ schwierig. Ein großer Vorteil vom reinen Computertest, wenn man das Testcenter verlässt, dann ist man zertifiziert. Oder natürlich auch nicht. Nicht jeder schafft die Prüfung. Option Nummer zwei. Man hat so ein 23-Stunden-Seminar. Wie gesagt, sie sind relativ selten. Option Nummer drei. Man geht in eine PMP-Vorbereitung rein. Übrigens das Bildchen rechts erzählt uns was darüber, wie so ein Prüfungszentrum aussieht. Da wird man also ein paar Stunden drinnen zubringen. Das ist jetzt keine wirklich angenehme Umgebung. Aber wenn man es geschafft hat, hat man das alles wieder vergessen. Dann ist man zertifiziert. Der PMP verlangt ein bisschen mehr an Voraussetzungen. Man muss von der Ausbildung her entweder einen Secondary Degree haben. Das ist bei uns ganz klassisch die Fachhochschulreife, der zwölfjährige Bildungsabschluss. Oder ein ähnlicher Abschluss. Auch hier empfehle ich den interessierten Kandidaten, die sich nicht sicher sind, wo sie sich einordnen sollen, mich einfach anzusprechen. Ich habe da sehr viel Erfahrung über die Jahre gesammelt, wie PMI bestimmte Abschlüsse, die aus deren Sicht eher exotisch sind, halt typisch deutsch sind, und wie die dann akzeptiert werden, wie die wahrgenommen werden und wo man sich einordnen soll. Wir haben eine zweite Gruppe. Die haben einen vierjährigen Abschluss. Das ist, glaube ich, die Mehrzahl unserer Kandidaten. Die haben einen Bachelor Degree oder ein globales Äquivalent. Übrigens gilt auch der Meisterbrief, der formale Meisterbrief heute, als globales Äquivalent. Das hat mit dem deutschen Qualifizierungsrahmenwerk zu tun. Damit habe ich auch schon einige Meister hier reingebracht in die zweite Kategorie. Der Unterschied ist nur, was man an Erfahrung mitbringen muss. In der oberen Kategorie, dafür, dass man die nicht ganz so hohe Ausbildung hat, das kann man wettmachen über Erfahrung. Fünf Jahre, 60 Monate mit Projektmanagement befasst gewesen und in diesen fünf Jahren 7500 Stunden auch damit zugebracht. Und zwar jetzt geht es wirklich um das aktive Projektmanagement. Jetzt geht es um Leading and Directing, um das Anleiten von Personen da drinnen. Außerdem braucht man noch die Ausbildung dazu. Das sind rechts die 535 Contact Hours. Das ist das, was wir in diesem Seminar unter anderem liefern, dass die Teilnehmer diese Anforderung erfüllen. In der zweiten Gruppe, in den Four Years Degrees, wird das Ganze runtergefahren auf drei Jahre, 36 Monate und nur noch 4500 Stunden dafür, dass sie einfach die bessere Ausbildung da drinnen haben. Was gleich bleibt, sind die 35 Kontaktstunden. Und ganz ehrlich, alles andere bleibt dann auch gleich. Wenn man mal PMP ist, interessiert sich niemand mehr dafür, ob man zur einen oder zur anderen Kategorie gehört hat. Das ist der Prozess, den ich dafür empfehle. Man beginnt mit einem Seminar, das sind diese 35 Stunden. Man wird anschließend sich für die Prüfung anmelden. Das dauert bei PMI typischerweise fünf Tage, dass man eine Rückmeldung bekommt. Es kann sein, dass es mal Rückfragen gibt. Wir sehen bei dem, was du uns so an Anmeldedaten lieferst, kein Projektmanagement. Kannst du das mal klären oder so. Außerdem kann es auch sein, dass man in ein sogenanntes Audit reinschaut, dass man ausgewählt wird. Audit bedeutet letztlich, man hat vorher seine Angaben nur online gemacht. Jetzt muss man auch Belege beibringen. Jetzt wird die Glaubwürdigkeit hier gefragt. Bist du glaubwürdig genug? Dann muss man dieses berühmte Buch, den Pimbo Guide, sich mal erarbeiten. Und dann empfehle ich, sich noch Zeit zu nehmen, Mentored Self-Directed Learning. Je nachdem, wie schnell man liest. Pimbo Guide etwa 20 Stunden vielleicht. Also der Rest sind 80 Stunden. Ich sage mal den Teilnehmern, wie man das macht. Da muss man auch kein Geld mehr ausgeben dafür. Aber man muss noch mal Zeit rein investieren. Irgendwann fühlt man sich fit genug, sicher genug, dass man sich für die Prüfungssitzung selber anmeldet. Dann registriert man sich bei der Firma Prometric, die das durchführt, bucht seinen Prüfungsplatz. Zu ganz normalen Arbeitszeiten kann man das machen. Setzt sich dann ins Prüfungszentrum rein. Und da hat man dann einen 4-Stunden-Test mit 200 Fragen da drinnen. Also man kommt aus diesem Test raus und ist wahrscheinlich ziemlich geschafft da danach. Also wichtige Kundentermine oder ein romantisches Dinner würde ich mir anschließend danach nicht mehr vornehmen. Auch hier noch mal aber ein Vorteil des Computertests, wenn man rauskommt, man ist PMP oder man ist es nicht, wenn man es nicht geschafft hat. Für die Zertifizierungen der GPM-IPMA ist der Weg etwas komplizierter. Ich habe das hier mal abgebildet. Wir haben für die Level-D-Zertifizierung erst einmal, diese Striche hier sind immer eine Woche. Vier Wochen sind da vorgesehen dafür, dass der Antrag eingeht, dass er geprüft wird, dass man die Freigabe bekommt. Man muss dann für Level-D einen Transfernachweis schreiben. Das ist ein Aufsatz, in dem man darüber spricht, wie man so etwas in der Praxis anwenden würde, was man hier lernt. Auch hier gibt es noch eine Schulung übrigens, die erschreckt sich meistens über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Irgendwann kann man dann zur Prüfung gehen und wir sehen rechts davon, das ist kein reiner Computertest, das ist also ein Assessment der Person direkt mit Assessoren. Die müssen natürlich ihre Ergebnisse und alles auswerten. Die GPM spricht davon, sie brauchen vier Wochen, bis man dann seine Rückmeldung bekommt, ob man die Prüfung geschafft hat. Ich habe unten noch die höheren Level hier mit drinnen. Die Zeitaufwände, erst einmal die Aufwände insgesamt werden größer, auch die Zeitaufwände, die man damit zubringt, werden größer. Es sind ja auch hochwertigere Prüfungen und mir ist gesagt worden, für Level B und Level A, man sollte sich tatsächlich zwei Jahre vornehmen, das Ganze zu machen, weil das ein ziemlich langwieriger Prozess ist, da durchzugehen. Level C etwas länger als Level D, aber grob auch so. Etwa ein halbes Jahr sollte man sich dafür vornehmen. Also das ist jetzt nichts, was man auf die Schnelle macht. Das ist jetzt nichts, wo man mag schon sagen, ich brauche ganz dringend eine Zertifizierung, jetzt mache ich das mal. Hier wird erwartet, dass man langfristiger plant und langfristiger denkt. Es gibt zwei Prüfungsorte, Nürnberg und Hannover, und wenn man möchte, kommt aber auch die GPM zu einem ins Haus. Da gibt es eine Unterorganisation der GPM, die heißt PM ZERRT, und ab 8 Kandidaten kommen die ins Unternehmen rein und machen dann die Prüfung vor Ort im Unternehmen drinnen. Voraussetzungen Level D als Einsteiger-Zertifikat, zumindest so von der IPMA wahrgenommen, gibt es keine Voraussetzungen, die man erst mal erfüllen muss. Level C bis A, da wird dann die Zahl der Jahre, die man in Projektmanagement zugebracht haben muss, die wird größer. Und die Komplexität dessen, womit man sich befasst hat, wird ebenfalls größer. Level A ist dann vor allem auch Portfolio- und Programmanagement mit dabei. Begriffe aus dem Multi-Projektmanagement. Projektmanagement selber ist ja ansonsten eher Einzelprojektmanagement. PRINCE 2 hat drei Stufen. Die sind, es geht erstmal ganz einfach los. Die Foundation-Ebene, keine Voraussetzungen dafür. Multiple-Choice-Test, Closed-Book heißt man, da darf also kein Buch dabei offen haben und nicht nachblättern. 75 Fragen in einer Stunde, das ist von der Zeit relativ knapp, muss man sagen, relativ anspruchsvoll. Allerdings der Passing-Score bei 50 Prozent ist jetzt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Also ich denke, es ist sehr, sehr leicht zu bekommen. Practitioner, da wird es einem schon schwieriger gemacht. Man muss erst einmal als Voraussetzung eine andere Prüfung abgelegt haben. Das könnte die Foundation-Level sein, es könnte CAPM, PMP sein oder eines der vier IPMA-Level. Man hat dann eine Open-Book-Prüfung, das heißt man darf das Buch, das PRINCE 2 Buch, das ziemlich dick ist übrigens, man darf das tatsächlich mitbringen in die Prüfung. Man wird in zweieinhalb Stunden 80 Fragen beantworten. Das ist auch nicht mehr reiner Multiple-Choice-Test, das sind Short-Text- und Long-Text-Questions und man muss dabei einen Passing-Score von 55 Prozent erreichen. Und für die Foundation, da sind es Assessment-Center und man soll sich zweieinhalb Tage vornehmen, heißt es, so ein Assessment-Center zu durchlaufen. Wie gesagt, ich habe also niemanden gefunden, der das Ding auch hatte, deswegen konnte mir auch niemand aus der Praxis darüber berichten. Ich selber habe es ja auch nicht, aber ein ganz interessanter Ansatz, trotz alledem. PMI und PRINCE 2 Zertifizierungen sind von der Herkunft her britisch- bis amerikanische Zertifizierungen. Das heißt, da gibt es auch das Thema Sprache natürlich immer wieder. Kann ich denn, wenn meine Englischkenntnisse nicht gut genug sind, das trotzdem machen? Und tatsächlich gibt es sowohl zum PRINCE 2 Handbuch wie auch zum Pembo Guide gibt es eine deutsche Version, die man sich beschaffen kann. Bei PMI, wenn man Mitglied ist, kann man sich die auch kostenlos einfach runterladen als PDF-Datei. Noch eines zu den beiden Zertifizierungen. Bei beiden sind Erneuerungen für dieses Jahr angekündigt. PRINCE 2 im Sommer, PMI eher Spätsommer. Es wird von Juli bis September gesprochen. Da kommt ein neuer Pembo Guide. Und beim PMI kann ich sagen, mit etwa einem halben Jahr Verzögerung wird dann die Prüfung an den neuen Pembo Guide angepasst. Also Anfang 2018 wird es eine erhebliche Änderung in der Prüfung wieder geben. Wer sich jetzt vorbereitet, dem empfehle ich, vorher seine Prüfung abzulegen. Ich habe noch ein paar Links hier an dieser Stelle vorgesehen. Wie gesagt, wir stellen das ja auch nachher zur Verfügung. Man kann es abscannen oder man kann den Link direkt verwenden. Das sind die Links, wo man bei den drei Anbietern die Informationen bekommt zu den Zertifizierungen, auch zu den anderen Zertifizierungen natürlich, die es da noch gibt. Wo man sich also nochmal schlauer machen kann über das, was ich in dieser kurzen Vorstellung darstellen kann. Und dann habe ich noch von meiner Seite aus einen letzten Punkt hier drinnen. Nämlich, es gibt immer wieder Vergleiche zu Zertifizierungen, die veröffentlicht werden. Und ich habe drei Stück mitgebracht. Die erste einfach mal, weil sie deutsch ist. Sie ist leider von 2013. Vielleicht machen wir es irgendwann mal wieder neu, sowas. Ich bin an dem Ding auch beteiligt. Bei Objektspektrum gab es da ein Themenspezial zu Zertifizierungen. CIO Magazine bringt regelmäßig solche Vergleiche. Der letzte war vor zwei Jahren gewesen. Die Top Ten Project Management Certifications, die der Karriere irgendwas Positives hinzufügen. Und dann habe ich noch einen ganz, ganz neuen. Der ist ganz frisch. Global Knowledge, eine amerikanische Organisation macht regelmäßig Top Ten bisher, jetzt ins Top Fifteen. Fifteen Top Paying Certifications vor 2017. Und wer sich dafür vielleicht interessiert, dem empfehle ich auch mal die Lektüre. Man ist da ziemlich schnell durch und bekommt einen sehr guten Überblick. Ist nicht der Fokus auf Projektmanagement, sondern auf IT der Fokus gelegt. Aber der PMP taucht tatsächlich bei denen auf. Damit bin ich mit meinen Inhalten soweit für den Moment durch. Ich stehe auf jeden Fall noch für Fragen zur Verfügung. Aber zuerst einmal haben wir noch eine Umfrage nochmal für Sie. Ja, ganz zum Schluss, Oliver, nochmal die Frage, welche Projektmanagement Zertifizierung oder Zertifizierungen streben Sie zuerst an, wenn Sie noch keine haben oder als weitere Zertifizierung, wenn Sie schon eine besitzen sollten. Das können wir jetzt ja noch ein bisschen laufen lassen, Oliver. Und dann gehen wir doch parallel zu den Fragen. und zwar fragt hier einer, er hat 1999 eine der IPMA Level D vergleichbares Zertifikat gemacht, aber keine Rezertifizierung gemacht. Welche Möglichkeiten der Auffrischung gibt es? Keine. Es gibt bei den Verbänden gelegentlich die Möglichkeit mit so einer Härtefallregelung ranzugehen, aber von 1999 bis 2017 sind 18 Jahre. Ich denke, da muss er neu durch den Prozess durch, egal wo er es macht. Dann die nächste Frage, gibt es Wiederholungskosten zur Zertifikats Aufrechtserhaltung? Da ging es glaube ich um den PMP. Es gibt bei allen drei Zertifikaten eine zeitliche Befristung. Beim PMP sind es drei Jahre. Man sammelt in diesen drei Jahren Punkte, die reicht man beim PMI ein und es sind ich meine irgendwas um die 70 Dollar gewesen, wenn man Mitglied ist und 150 wenn man nicht Mitglied ist. Ich müsste nochmal genau nachschauen. Ich habe es demnächst vor mir. Es ist also ein kleiner Betrag, der dann anfällt. Es ist kein großer Betrag, da sind mehr so Verwaltungskosten dabei. Ja, es gibt also einen kleinen Betrag. Das größere Problem ist meistens die Punkte beizubringen, dass man die halt sammeln muss. Da hilft die Project Group auch ganz gern. Dann sagt jemand, der ist schon CAPM zertifiziert aber muss und die Frage lautet jetzt, wenn ich das richtig interpretiere, ob trotzdem noch die Erfahrung von 3500 Stunden beigebracht werden muss, obwohl die CAPM Prüfung schon bestanden wurde. Es sind 4500 Stunden, wenn man einen Bachelor hat und ja, man muss die genauso beibringen. Der CAPM ist erst einmal keine Erleichterung, keine Voraussetzung und keine Erleichterung für den PMP. Was eine Erleichterung sein kann, ist, dass man schon sein Seminar hinter sich gebracht hat, aber ansonsten ändert sich nichts dabei. Wie kann man die Erfahrungsstunden nachweisen? Die Erfahrungsstunden werden rein online nachgewiesen. Man erzählt etwas über Projekte, die man hatte. Das hat mal angefangen im Projekt XY zu einem bestimmten Zeitpunkt, hat es zu einem anderen Zeitpunkt geendet. Man hat eine bestimmte Anzahl von Stunden da drinnen zugebracht, macht eine kurze Beschreibung dieses Projektes und schickt es erst mal ohne weitere Belege online an PMI. PMI prüft, ob das die Anforderungen erfüllt, die man an die PMPs setzt. Dann gibt es eine Gruppe von Antragstellern, die für ein Audit ausgewählt werden. Das ist ein Zufallsprozess, der da drinnen stattfindet, das gesagt wird, da möchten wir genau wissen, kann man dieser Person eigentlich trauen, nicht weil die einen misstrauisch gemacht hätte, sondern einfach, weil es Teil des Prozesses ist. In diesem Fall, man hat bereits in der Anmeldung eine Referenzperson genannt, aber der wichtigste Bestandteil ist der, dass die Referenzperson mit Unterschrift bestätigen muss, dass die Angaben stimmen, dass die Angaben so richtig sind. Also wenn ich sage, ich habe 1000 Stunden im Projekt zugebracht und das Ganze war über ein Jahr, dann muss man eine Referenzperson bestätigen, ja, das ist so richtig. Meistens ist es ein Vorgesetzter oder ein ehemaliger Vorgesetzter. Es könnte beim Kundenprojekt auch mal jemand von Kundenseite sein. Es sollte jemand sein, der gut erreichbar ist, wenn man ihn braucht, das ist immer das Wichtigste dabei. Gut, und dann haben wir noch, ist die PMP und PRINZ2 Prüfung in Englisch? Ja, also es ist erst einmal eine englische Prüfung, aber es gibt bei beiden Anbietern dazu deutsche Sprachhilfen. Okay, und wie wird sich das Angebot des PMI PBA entwickeln? Ich sehe diese Zertifizierung als ideale Ergänzung für einen PMP. Wie gesagt, wenn man seine Skills modellieren will, seine Fähigkeiten, seine Interessen, seine Qualifikation modellieren will mit Zertifikaten, dann sind die zwei eine sehr gute Ergänzung. Sofern das Thema Business Analyse, das Thema ist das eine tatsächlich auch interessiert. Das werden wir auch im nächsten Webinar ansprechen, als Schwerpunktthema, wie man solche Kombinationen einsetzen kann. Aber ja, das ist eine gute Kombination, wie es sich entwickeln wird. Schwer zu sagen, PMI geht davon aus, dass es erfolgreich ist. Ich habe immer so ein paar Einwände, warum Zertifikate vielleicht manchmal nicht so erfolgreich sind, wie sie sein sollten. Das würde ich einfach mal privat beim Bierchen besprechen. Es ist ein wertvolles Zertifikat, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, steht völlig außer Frage. Was bedeutet die Sprachhilfe bei der PMP Prüfung? Ganz praktisch bedeutet sie, der Teilnehmer bekommt die Prüfungsfrage beim Computertest in zwei Sprachen gleichzeitig. Der Bildschirm wird geteilt. Oben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist die deutsche Version, unten ist die englische Version, sodass man eine Übersetzung dazu bekommt. Meine Empfehlung ist, wenn jemand gut genug ist in Englisch, alles nur in Englisch abzulegen. Zweisprachigkeit macht einen langsamer. Man ist schneller, wenn man nur in einer Sprache arbeitet. Wenn das Englisch nicht ausreichen sollte, dann unbedingt natürlich die Sprachhilfe mitnehmen. Die ist eine ganz wichtige Unterstützung. Man muss einfach abwägen, dieser Zeitverlust durch die Zweisprachigkeit versus meine Englischkenntnisse reichen, nicht außer griechende Unterstützung nicht. Bei meinen Seminaren kann ich sagen, die Teilnehmer wissen das am Ende des Seminars ganz genau. Sie merken im Seminar selber, ob ihre Englischkenntnisse reichen oder nicht und treffen dann meistens schon ihre Entscheidung. Das andere ist natürlich im Rahmen dieser Vorbereitungsarbeiten. Man ist natürlich laufen immer wieder mit englischen Dingen konfrontiert. Das Englisch wird einfach auch besser da drinnen. Man wird mit Fachbegriffen konfrontiert und mit vielen Dingen, die, wenn man international unterwegs ist, die man einfach wissen muss. Ein Scope-Statement ist ein Pflichtenheft zum Beispiel, solche Geschichten, das lernt man einfach da drin. Und dann ist das Englisch auch nicht mehr ganz so schwierig. Und dann nennt man noch als letzte Frage, da sagt jemand, es würde immer wieder nachgefragt werden auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Stellenmarkt, nach der Kombination PMP und Scrum. Warum diese Kombination? Es sind zwei Ansätze im Bereich, vor allem Softwareentwicklung und im Bereich Produktentwicklung, vielleicht auch Organisationsentwicklung noch. Es sind zwei Ansätze, die PMP, der PMP-Ansatz geht mehr in die Zukunft raus. Das ist langfristiger. Ich bin in einem Umfeld unterwegs, wo ich heute Leute buchen muss, damit sie mir im halben, im dreiviertel Jahr zur Verfügung stehen. Ich muss arbeiten, einen Auftrag geben, sonstige Sachen machen. Wenn ich es nicht heute mache, werden mir später nicht zur Verfügung stehen. Diese Projekte, die eine gewisse Vorschau brauchen, auf die wird man bei uns wahrscheinlich besser vorbereitet. Es gibt dann aber auch wieder ganz andere Projekte. Ich beschreibe die ganz gerne in der Form, der Weg entsteht beim Gehen. Wenn ich ein Projekt habe, wo der Weg beim Gehen entsteht, wo ich kaum Vorhersagen treffen kann, wo die langfristige Vorhersage ganz kurz von der Realität überholt wird, da werde ich mich wahrscheinlich mit solchen eher auf Planung aufbauenden Verfahren schwer tun. Da wird man mit einem Verfahren wie Scrum oder andere agile Methoden mehr erreichen können, wo man mehr aus dem Augenblick herauslebt, wo man bestimmte Ziele erreicht, die schaut man sich dann an, im Zeitraum von ein bis vier Wochen vielleicht, dann schaut man sich an, was man für Ergebnisse erzielt und dann trifft man neue Entscheidungen, wie man von da aus weiter arbeitet. Schwierig ist es halt, wenn man langfristig Leute buchen muss, dann tut man sich sehr schwer damit. Maschinen, Räumlichkeiten, was man alles so buchen muss, da tun die sich dann wiederum sehr viel schwerer da drinnen, weil sie schwer vorhersagen können, wann was passieren wird. Der, der die langfristige Planung macht, kann dafür halt einen Fehler machen, bucht jemanden für November und braucht den erst im Dezember oder andersrum. Aber deswegen wird es oft mitverlangt, dass man sowohl diese kurzfristige Herangehensweise mit einem kurzen Planungshorizont von nur wenigen Wochen, dass man die genauso drauf hat, wie die eher langfristige Herangehensweise. Übrigens habe ich zu dem Thema Forschungsarbeiten gemacht, etwa ein Drittel der Projekte oder der Projektsituationen profitiert von solchen kurzfristigen Vorgehensweisen, etwa zwei Drittel von den eher langfristigen Vorgehensweisen nach Ergebnissen von Befragungen, die ich gemacht habe.